Spitzteure Schweizer, los geht's! Der Bauer hat 10 Euro. Er kauft 3 Sackle und Kunstdünger zu 2 Euro. Was hat er gesagt, Kunstdünger? Braucht kein Mensch. 10 Euro? Falsch! Stimmt ja gar nicht. Der Lehrer hat's falsch gemacht. Kunstdünger? Was, die hab ich am Preis hinredet. Ah, der Bauer holt mich auch von der Schule. Warst du eh Bratenschwein dann? So la la, aber dafür bin ich der Beste im Bio. Ja, natürlich. Nur wer immer aufpasst, dass alles stimmt, kann der Beste im Bio sein. Ja, natürlich.